einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin bisschen unhöflich war so besser da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen unboxing das wird jetzt nicht groß dolle im unboxing das wird jetzt wir packen halt ja seht ihr das case aus und sehr geil das ist ja richtig geil das ist hat diese diese hier seht ihr das kommt mir zugute also das ist das ist das ist mal echt eine clevere verpackung das ist echt geil weil ich immer probleme mit aufschneiden und so habe und in hand und so ist halt bei mir manchmal etwas problematisch das ist halt unboxing von dem gummiding silikonhülle er ist nicht drinnen nur die silikonhülle ist ein kurzes video aber bleibt dran wir gucken gleich hardware an und dann machen wir einen hardware check natürlich auch und bauen wir den einfach mal an bin mal gespannt also bis gleich